Die Menschen sind das Virus. Und wir sind das Heilmittel. Die Ordnung muss wiederhergestellt werden, verstehen Sie? Wir glauben, dass Sie zu Ihrem wahren und besseren Ich finden können. Sobald der Bruch eingetreten ist, werden Sie es verstehen. So erging es uns ebenfalls. Sie brauchen uns. Geht's, siehens, werfix? Merken Sie sich das? Es wird Ihrem Sohn wirklich gut gehen. Sie werden es schon bald spüren. Aber stirb nicht, okay? Keine Angst, mir passiert nichts. Es liegt ganz bei Ihnen. Aber stirb nicht, okay? Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Sie lassen diesen ganzen menschlichen Gefühlsunsinn hinter sich. Für immer. Woher wissen Sie das? Das ist etwas, das Sie allein tun müssen, René. Aus Ihrem Inneren heraus. Ah! Ah!